Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Teil 1. Wir haben gerade den Kauen etwas, ja, sauer gemacht, weil wir ihn etwas kritisiert haben. Und jetzt ist er sauer geworden und hetzt uns seine Leute auf den Hals. Das ist uns gar nicht gefüllt. Na, noch mehr da? Ich bleib schön hier in der Ecke. Bitte lächeln, bitte lächeln, aua, bist Kerl. Nicht gut, nicht gut. Das ist ein Kerl, keine Muni mehr. Das ist ein Kerl, keine Muni mehr. Ich will sein Temperament verzeigen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben. Und sogar den edelsten Geist zum Triebhafen hier werden lassen. Na gut, ich verzeih dir. Ausnahmsweise. Ja, aber die Antipersonen-Muni war richtig cool. Das hatte ich also echt gut dezimiert. Schade, die Sachen sind alle verschwunden. Und jetzt darf ich für ihn, weil er so lieb und nett ist und mir ein Geschenk gibt, auch nochmal das letzte Foto machen. Nice one. Danke, Herr Hase. So, wo waren wir noch nicht? Ich würde sagen, wir gehen wieder jetzt über die Treppe zurück hier hin. Oh, Big Daddy. Wenn er richtig klopft, vielleicht sollte ich ihm folgen. Und werde dann mal die letzte Sister retten. Erhöhter Schaden, das ist doch schon mal super. Ah, das geht immer noch im Balken weiter. Na gut. Machen wir noch zwei Pfötchen. Und folgen ihm mal. Ja, aber wir lassen die Kamera, glaube ich, drin, oder? Müssen die sowieso gleich nehmen. Wo ist denn hier das nächste Teil, wo er gegenhämmern kann? Da ist eins. Komm mal hier rüber, Kärchen. Derzeit könnte ich mal gerade schauen, ob ich noch ein bisschen Heiltränke kaufen kann. Willkommen im Zirkus der Werte. Ah, sehr schön, Big Daddy. War eigentlich lange nicht mehr gespeichert, ne? Ach, auch. Eine kleine kleine Little Sister. Sehr schön. Okay, das war's dann wohl. Haben wir ein paar Minen? Haben wir natürlich nicht. Oh oh, Vandalismus gefällt ihm natürlich nicht. Dann, ich würde sagen... Hm, damit gehen wir mit dem Rest drauf. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Oh doch. Oh doch. Du wirst gerettet. Hallo? Ich guck mich da nicht. Ah, da. Shit. Shit, 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 shit. Gefällt mir gar nicht. Ist die Zeit nicht bald rum? Ah, na also. Schiene, wo du gehackst, steht jetzt auf deiner Seite. Aha. Rapture geht vor die Runde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule. In den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Ich weine weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. So. So. Damit die mich schon mal nicht mehr nervt. So, jetzt haben wir hier drei Saves. Nice one. Nein. Äh. Morgs. Äh. 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 Geht direkt der Larm los. Ach du Scheiße. Lass mich in Frieden. Lass mich hier durch. Boah. Halt schon nicht mehr. Lass mich in Frieden. Schuss. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. So. Irgendwo hier muss ein Austeil sein. Sehr gut. Ach. Wieder so ein Zepper. so eine etage höher das war hier ja hier war das safes sind immer ganz schön schwer Mist 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 jetzt komm schon mal runter ich sag mir nur dass das hier noch durch geht es geht nur einen der nach unten geht hervorragend da da Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann gehen wir mal hier unten weiter, würde ich sagen Zurück zum Plaza Hatten wir dich schon? Nein, hatten wir nicht sehr gut Da auch auf den Rohstangen zahlen, na super So, das war's auch um den So, wir waren hier links noch nicht drin Manns Kästen sind immer gut Fontein wusste, dass unsere Leute kommen, wir hatten keine Chance Die Splicer kamen schreiend aus dem Himmel Sie spielen Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen Hab sowas noch nie gesehen Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee Oh, sehr schön, aber nie Oh, sehr schön, aber nie Armee, mit der ich mich ja sucht wie gar nicht befasse Tomaten zum Zocken Hm, hier sind wir in der oberen Etage, die schauen wir uns gleich mal an Bis demnächst, euer Jojin Ich bin hier in der oberen Etage